So Leute, da sind wir wieder und Terraria hat mal wieder einen Screenshot gemacht, weil dummerweise meine Aufnahmetaste dieselbe Taste ist wie die Screenshot-Taste in Steam. Aber hallo! Wir sind wieder da. Und ich glaube, der Guide ist auch wieder da. Guide? Der mit dem Anti-Hack. Ja, stimmt. War ja ein Kommentar, dass das jemand sagen soll. Wieso tust du das? Weiß nicht. Ich hab gedacht, wir können noch ein paar Folgen warten damit. Also der Guide ist da, das heißt, wir können jetzt ihn opfern, um die Wall of Flash zu beschwören. Lasst uns das tun! Yay! Magic Missile, gib mir Licht! Wann färben! Das funktioniert sogar, die gibt mir tatsächlich Licht! Lol, ich hab ne Kumpel. Wieso fallst schneller als du? Lol, das leckt irgendwie. Ach, was nicht? Lol! Licht! Seht ihr die Funkeln von meiner Magic Missile? Nö. Ah, hier unten ein Gegner. Da kommt vielleicht auch noch ein Lava rein. Also das ist definitiv nicht gut. Wir müssen wieder warten, bis unsere AP regeneriert ist dann, ne? Oh ja. Ach man, warum hab ich keine Hermes-Boots, ey? Ich tue mal ein paar Fackeln hier platzieren, ne? Das ist doch so, ne? Okay, ich hab' den Kumpel. Okay, ich hab' den Kumpel. Das ist so, ne? Ich hab' den Kumpel. Seit wann heißt die... Heißt unsere Heilschlampe jetzt Kala? Hehehe, Heilschlampe! Ja, so haben wir sie doch genannt letztes Mal, oder? Wie zweideiflich. Also heisst ja, wie zweideifelig. Der hat ne Spagila. Piss' die Scheißfilge. ậhh, tsch adult, 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 tsch adult. Ey das machst du nen ziemlich regelmäßigen Abständen Das machst du erstaunlich gut Gegen was dagegen rankt Au, das sind paar Misplaced. Nup. Alle wie schnell die rennen können ey. Das der Auffang courage. mehr noch auch keine Ahnung doch ich hab noch 90 der Schiff gedrückt halten geschützt wird das ganze automatisch platzieren muss nicht mehr auswählen die erste vorliebischen Kommentaren denn ich nicht kannte vorher und ich wollte nicht mehr durchsagen verdammt okay ich bin selbst ein Trott hier und hier ist die Tüte 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 ich habe keine Fackeln mehr das verschwendet Störer als Störer Stabar die seit schon 1.000 Klicks über das Stil des Jahres zu langsam der Amor und wobei ich keine Helmholtz-Gut-Gutmann der Schubbund oder war das Rätselschild Rätsel noch falsch geschrieben ist ja peinlich und wo er sich das ist letztes Mal nicht aufgefallen ist da da wollen wir ranwerfen der Amsteller läuft sich ganz viele tolle NPCs der Ehe wir werfen abwechselnd Dany dass die Gegner nicht an uns rankommen das ist nicht abwechselnd boah wie lang geht dieser Tunnel ey das ist ja auch normal na wir müssen unsere AP regenerieren na da das ist nicht AP regenerieren komm so sieht das wie schöner aus ganz ehrlich ich mach das so was Gegner los Gegner traut ihr euch nicht mehr traut ihr euch nicht mehr Tom du springst zuerst okay cool Schleim das ist aber gar das ist dass sie sich da hat der Bordst 8 aber er ist auch gleich mal da er hat fünf Stunden später sie wo bleibst du denn so er ist keine Bruts offensichtlich so wirft die Brüder sein Posten oder anderen Seite von der anderen Seite von der anderen Seite wochen von der AP meine AP ist auf die hat nicht voll ach 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 so das dauert wie ein paar Jahre wenn er die AP volle ist jetzt ja es sind halt Potions ich hab keine Potions ich hab nur Pilze ja aber so ich schmeiß mal die Hunu doll rein NEIN AAAAAAAT omg du Idiot aah die ausgleiche falsch aah oder? nee oah oah ehhh ich glaub ich hab jetzt oah oah ok ja ich glaub doch LOL oh mein Gott pew pew Was du stirbst für ein Hrensorgter Alter Stirt! Hammer! Der Afroneger kann auch was anderes als vorum Brian Rennen da weg, Nö wie du stirbst Ja.. ich sterbe jetzt doch Was machst du da hinten? Du darfst nicht sterben Hör auf, Ich hab Stühle für ihn Boah. NOON Stühle AAAAAAK Woher kanntest du seine geheime Schwäche? Clemy schieß irgendwas zurück! Ich hab nicht in den Schießkern, Mann! Ich muss aufpassen, ich zieh dich vielleicht draufgehe bei der Session, ey! Dann hab ich nur so schlechte Potions, ey! Scheiße, Mann! Attacke! Ich hab auch fast kein HP mehr. Wie viel HP hat die Border Flash? Äh, kannst du mit dem Mauszeiger drüber gehen? Noch 5000. 4000, also die Hälfte haben wir gleich. Kann man dir auch den Mund angreifen oder gehen nur die Augen? Äh, den Mund glaub ich auch. Ich hoff mal. Ich schieß lieber aufs Auge da oben. Oh, großartig, meine Waffe ist leer. Ich brauch mehr Munition. Na? Nein! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott! Mehr Munition! Woll aufs Auge! Die hat nur noch 300 HP! Wir haben's fast, wir haben's fast, wir haben's fast! Wir haben's fast! Nein! Ich bin noch verreckt bei der Session! Weeeeee! Weeeeee! The ancient spirits of light and dark have been released! Boah, jetzt ist alles schon wieder so weit laufen, ey, das ist ja cool! Alles meins, alles meins! Was war da alles drin? Und was droppt die so schönes? Äh, ich hab ne Laser Rifle! Pew Pew! Ja, schau mal rüber, ey! Guck mal her! Nö! Ey, ich bin der Waffenmeister, ja! Nee! Braucht die Mana? Das geht jetzt nicht! Wie viel Damage macht ihr und braucht... Warte mal! Ich versuch's mal! Boah, 2000 Feet laufen! Ah! Ups! Ups! Ich kippe gleich Ups! Passiert! Gut, dass ich's noch gemerkt hab! Gut für mich! Ja, das Ding ist geil! Definitiv meine neue Lieblingswaffe! Mana, regeneriere dich bitte! Nö! Ja, kommt ja auch n bills! Ja! Warte mal! Der Guy ist aber immer noch tot glaube ich, oder? Hm? Enes Vagina, löse das Rätsel So, Magic Mirror Stimmt, gibt's auch noch Übrigens, sollen wir nicht mal so ein komisches Ding bauen, dass wir unsere Schmuckstücke kombinieren können Das Ding kann man bauen? Ich dachte, das gibt's nur von der Goblin-Invasion oder so Ich weiß es nicht Ich meine, da gibt's irgendwie so'n Typen, den brauchen wir von der Goblin-Invasion und da können wir noch lange warten Also ich bin dafür, dass wir eine Goblin-Invasion starten Oder eine Frost-Legion Also ich bin dafür, dass wir eine Frost-Legion starten Also ich werfe mal den Müll hier Ne, ich hab ja den Müll ab Ja, eben Was hast du denn sonst noch gefunden? Eine Dämon-Torch Dann stellt sie mal noch raus Die leuchtet abwechselnd Rot und blau, glaub ich, ja Geil! Yeah! Wunderbar, Bartickel! Stirb! Und noch ein Check Und Silt-Block Und ein Dämon-Torch Und ein Dämon-Torch Und blau Wer braucht denn Dämon-Torch Wer braucht denn Dämon-Torch Oh Cool, noch Nupfstüge Cool, noch Nupfstüge Steinen Hey! Seidium-Brick-Wall Ähm, du kannst auch eine Müll abholen, da Die liegen jetzt auf irgendwelche drin rum, super Ja, toll Na und? So, mit dein Stone-Blocks Ups, ist das der Guide, der da lebt? Hm Was passiert, wenn man jetzt die Wutdoll nochmal in die Lava schmeißt? Probieren wir's aus Oh, stimmt, wir haben jetzt übrigens einen Hardmoud anlockt, ne? Sind die Viecher alle viel härter und so Geil Ah ja, wir können mit dem Pornhammer jetzt, äh, hier diese Komischen Wo Pornhammer? Äh, diese Altare da abbauen Und dann können wir Kobalt und Mitril fahren Pornhammer, wo geht's denn? Hast du dir gerade die Wutdoll da runtergeschmissen? Äh, nö Die hab ich im Minutar, glaub nicht So, fuck, wieso bin ich jetzt runtergesprungen? Freue ich mich gerade immer auch Warte, fuck, das ist doch grad explodiert Alter, ich spawn auf einmal explodiert da irgendwas Der Klinik schmeißt mir Bomben um sich Wie können wir die Heal-Potions zu größeren Heal-Potions machen nochmal? Oh, hört, das ist ja beim Guide nachgucken Ja, check das mal nach, ey Ich wäre sehr interessiert an einer, nö Der Guide ist tot, falls ihr euch noch daran lacht Nein, der steht hier unten Was, wieso lebt der noch? Oh, fuck Wiederlebt Clemy Äh, du baust das wieder auf! Man kann HP-Post mit Mana-Potions kombinieren Sorry, du brauchst jetzt nicht hier Gehst du einfach auf Crafting, da kannst du nachgucken, was du alles daraus zu craften kannst Also draußen eine Mana-Potion Müssen wir in den Dungeon Crafting Ähm Nope Die Pilze, ich hab ganz viele Glowing Mushrooms Die will ich mir craften, aber dafür braucht man einen Tisch, ne? Was braucht man dafür, um Potions craften zu können? Äh, Tisch mit ner Vase, glaub ich, oder so Was? Vase? Hätt jemand von euch noch ne Flasche hier? Flasche? Ich hab ja auch Linsen Ach ja, jetzt Ich hab auch Linsen Plastieren wir hier unseren Höllen-Ofen Yeah, es funktioniert Jetzt crafte ich mir ganz viele große Heil-Potions 30 Stück hab ich schon mal Yeah Ich hab mal die Kisten hier hinstellen, um den ganzen Schwab da reinzulagern Äh, Silberohr Und wo zur Hölle hab ich Schuhdicken? Ich glaub ich hab zu viele gemacht Stopp, Timmy Ja Heute, ne Ewig Panther So, ich hab 100er Heal-Potions Einige Wo hast du Mana-Potions? Hast du hier gecheatet, oder was? Mana-Potions hab ich nicht Hä? Warum hab ich eigentlich so viel kaufen? Achso, man kann die einfach, ey Hä? Die kannst du kaufen, beim Händler Achso Oh Ach du Ne, du wolltest doch wissen, wie man viel größere macht Ne, ich hab jetzt schon die 100er, das sind schon die großen Achso Ach, die meintest du Ja, was denn sonst? Wobei, ich probier mal aus, ob er sie größer machen kann Wobei, ich probier mal aus, ob er sie größer machen kann Glaub ich Ja, man kann die große Heals und die großen Mana-Potions kombinieren, aber das brauch ich nicht Clemy, hast du's bald? Ich hab noch ein paar Bomben Achso Achso Was machst du da? Der hat ach so einen Teich Ich hab die ganzen Tische aufgehoben Nein Wie schon wieder Der hat den Teich tiefer gelegt Ich bin für den Tisch und so Tisch, 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 Tisch Das ist ein Hase auf unserem Tisch Leute, töte ihn Töten Getting Oh auf Vogel Vogel Wooweooo Willst du die Höllenschmiede mal platzieren? Die steht da. Kannst du mal aufhören, mich zuzumüllen? Dafür gibt es einen Mülleimer. Oh, really? Ja, really. Okay. Oh, Mann. Ja, dann lass uns mal... Jetzt hör auf! Ich werfe schon die Schadenzeit alles weg. Feder, genau. Dann lass uns mal was? Lass uns mal erkunden hier, oder? Oder Sachen sammeln. Ja, nein, wir müssen zur Corruption. Okay, geh mal zur Corruption. Hey, was warst du da? Sieht doch cool aus, Mann. Ja, du könntest wenigstens noch hinter der Tür alles machen, oder? Lol. Los. Hey, kannst du mir nochmal deine Ham-Ax geben? Äh, nein, nicht nochmal. Na. Da muss ich mir selbst eine machen. Ich vertraue dir nicht mehr. Ich habe nicht genug Meteorienware. Ich habe noch sechs Stück. Warte. Ja, das ist ein Hellstone-Bahn. Oh. Ohne Meteorien? Äh, nö, habe ich nicht. Na, egal. Dann lass uns jetzt mal die Corruption gehen. Hör auf, Dani. Ja, links oder rechts. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Dafür kannst du hoch springen, mecker nicht. Echt? Echt? Ey, yo, das ist doch schwul, ey. Das Leben ist total ungerecht. Ich habe übrigens auch die Star-Kernen vom anderen. Ey, Bügel sieht aus wie... Alter, was ist das für eine Kanone, Mann. Ah. Wir machen 49 Schaden. Alter, was ist das für ein... Typie, ey. Ja, wir haben, wie gesagt, den Hardmord freigeschaltet. Also, weil ich bin gerade dabei, meine Mana zu regenerieren. Wo seid ihr? Stern. Wo seid ihr? 200, wie es wurde? Wartet auf, mir. 300.